hallo meine lieben ich habe was für euch und wenn man was weiß dann muss man das doch weitergeben ich sitze hier an meinem norweger am letzten end und ich muss jetzt hier unten einen roten einen blauen einen roten einen blauen und das mache ich jetzt so ich stricke den weißen nicht stricke ich erst diese runde nur den roten den weißen rüber den roten stricken den weißen rüber den roten stricken und in der nächsten runde stricke ich nur die blauen muss dann zweimal rüber aber es geht ja viel schneller als wie in der hand als wie in der hand egal macht nichts das bin ich stricken über stricken über stricken über ja und morgen zeige ich euch mehr okay in diesem sinne alle einschüssen samstagabend tschüss ich muss zum knopf bitte mach es gut